Hallo, hier spricht Max aus der von Finke Schule. Ich begrüße euch zur Podcast-Reihe zum 175-jährigen Jubiläum unserer Schule. Es erwarten euch interessante Informationen und spannende Unterhaltung. In dieser Folge geht es um Blindenschrift. Viel Spaß beim Hören der Folge von der Prickeltafel zur Breitseile. Wir sind Jana und Johannes. Und heute wollen wir uns über Breitschrift unterhalten. Genau, als erstes die Frage, Breitschrift bzw. die Punktschrift, wie es, glaube ich, eher gläufig ist, wie kann man sich das vorstellen? Das ist so ein System aus Punkten, die füllbar sind. Es gibt verschiedene Kombinationen und daraus sind Buchstaben. Also zum Beispiel A ist ein Punkt, B ist zwei Punkte, C sind auch zwei Punkte, die sind aber anders geordnet. Also die sind halt nebeneinander und bei B sind die untereinander. Also sind dann quasi viele Buchstaben, gibt es dann eine spezifische Kombination und... Der System ist eigentlich aus sechs Punkten, also es gibt sechs insgesamte Punkte und mit diesen sechs Punkten kann man ungefähr 64 Zeichen bilden. Und ja, also wenn man das lernt und auswendig kann, das ist wie normale Schrift und dann kann man einfach lesen und schreiben. Auch mit den Medikamentenpackungen, da sieht man das auch häufiger mal. Vielleicht um es auch mal so kurz zu erklären. Also ich lese ja Schwachschrift, also die normal gedruckte Variante, die jeder normalsehende nächstes Mal einfach lesen kann. Und dann gibt es natürlich noch die Punktschrift, dieses System aus den Punkten, was dann die Blinden halt mithilfe ihres Fingers dann halt fühlen können und dann halt so lesen. Ja, wie sieht es denn aus, wenn man jetzt... Also ich sehe, du hast jetzt hier auf dem Tisch so ein riesen Blatt voll mit Punkten. Dauert das nicht relativ lange, sowas zu lesen oder wie kann man sich das vorstellen? Eigentlich nicht. Also ich habe ja gesagt, erstens ist das so eine Sache mit dem Lernen und Können. Also wenn man das halt von, ich weiß nicht, sechs Jahre alt, von der ersten Klasse oder sowas kann, dann ist das ja auch nicht so schwer. Also dann kann man das halt ganz normal, wie es einen normalsehender zum Beispiel beim Lesen können würde. Aber es gibt auch verschiedene Schriftarten, die das vielleicht einfacher machen würden. Es gibt die Basisschrift, wo einfach alles geschrieben ist. Also jeder Buchstab ist da. Und es gibt dann die Vollschrift, da sind manche Lauten gekürzt, wie zum Beispiel ST ist gekürzt, EI ist gekürzt, AO ist gekürzt. Und es gibt dann die Kursschrift, da sind so häufig benutzte Wörter und vielleicht so Wortendungen oder sowas auch abgekürzt. Aber die muss man aufwendig können, ohne dass man das richtig schnell lesen kann. Sprich, bei der Kurzschrift ist es dann so, dass es für so häufig häufige Wörter wie zum Beispiel ein Ich oder für Artikel wie der, die, das, dass es da dann einfach nur ein einziges Zeichen gibt, was dann da steht. Anstatt halt, dass das in drei, wenn ich zum Beispiel Ich schreiben möchte, dass ich nur ein Zeichen quasi lesen muss, anstatt I, C und H. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt natürlich die erste Frage zum Technischen. Quasi, wer hat es erfunden und wie hat es quasi begonnen und wie hat es sich auch weiterentwickelt in der Zeit? Also die Breilschrift wurde von Louis Breil, ein Franzose, erfunden. Er verletzte sich mit drei Jahren und mit fünf Jahren dann erblindete er und als er elf wurde, hat er dann das Zwölf-Punkte-System gelernt. Das war, das hat man, das war so ein Schriftsystem und das hat man für militärische Gründe benutzt. Mit 16 Jahren hat er dann, erstaunlicherweise, den Sechs-Punkte-System erfunden. Also wo er, ich glaube, das hat er dann vom Zwölf-Punkten-System der Militär abgeleitet. Und, aber eigentlich, was auch erstaunlicher ist, ist, dass das eigentlich erst benutzt wurde, ganz viel später. Zwei Jahre bevor er gestorben ist, ungefähr, wurde das populär. In französischen Schulen, äh, Blindenschulen. Und 1879 haben die deutschen Schulen auch angefangen mit dem Sechs-Punkte-System von Louis Breil auch, die Blindenschüler zu unterrichten. Ja, ich kann mir vorstellen, dass, dass dieses, dass quasi dieses Aufleben dieser, ähm, Schrift auch, sagen wir mal, sehr viel dazu beigetragen hat, dass das Blinde sich vor allem auch damals deutlich besser, einfacher in den normalen Alltag quasi integrieren konnten. Oder auch zum Beispiel was lernen konnten. Ja, auf jeden Fall. Man, äh, bevor das Punkten-Schrift-System hatten blinde Menschen nicht so viele Chancen und Möglichkeiten. Generell halt, wenn man nichts zu schreiben hat und so, dann war das halt schon schwer. Nach der Entwicklung dieses Punkten-Schrift-Systems wurde es halt einigermaßen einfacher. Obwohl damals die Schreib-, also wie man das geschrieben hat, waren nicht so besonders einfach, aber trotzdem war es besser als nicht. Die Schreibweise, also wie man halt Punkten-Schrift schreibt, hat sich auch wirklich mit der Zeit drastisch verändert. Jetzt redet man von elektronischen Geräten und vorher war das, am ganz Anfang war das mit Stichel und Tafel. Da würde man, da hat man so ein kleines Tafel und da würde man ein Blatt Papier oder Punkten-Schriftpapier reinstecken. Und dann hat man so ein Stichel und dann würde man die Buchstaben da reinsticheln. Und die schwierige Sache ist, dass man die ganze Schrift und von rechts nach links und verkehrt rum, war bestimmt sehr hart, dass man das sogar schnell machen müsste. Aber das wurde tatsächlich an Schulen unterrichtet. Und Schüler und Menschen haben das für ihr Arbeitsleben und Schulleben täglich benutzt. Und für denen war das Alltagssache. Dann, als das mit den Sticheln und Tafeln verarzt wurde, dann wurde eine neue Erfindung, die Pohnenschriftmaschine. Und die ist auf jeden Fall viel größer und schwieriger als Sticheln und Tafeln. Eine Pohnenschriftmaschine wiegt ungefähr von 3 bis 10 Kilogramm. Und es unterscheidet sich. Die alten waren auf jeden Fall schwieriger. Da würde man auch so ein Blatt Papier rein spannen und dann gibt es 6 Tasten. Oder 6 Tasten, also 3 links und 3 rechts. Und dann in der Mitte gibt es so eine große, das ist für die Leertaste. Und jede dieser 6 Tasten steht dann für einen einzelnen Punkt? Ja, die unterscheiden sich die Punkte. Also wenn man ein Vollzeichen macht, dann sieht das fast aus wie so ein Quader. Wie so eine 6 auf dem Spielpuffer. Ja. Aber wenn man zum Beispiel der erste und dritte und fünfte Punkt drückt, dann wird ein O draus. Also macht man so eine Kombination zusammen. Und damit hat man auf jeden Fall viel schneller geschrieben. Und das ist aber laut. Also die Pohnenschriftmaschine ist wirklich viel lauter als Stichel und Tafel. Und das stört manchmal, wenn man so in der Schule ist oder so. Ja, also da kann ich mich quasi auch noch Leihpapis ein bisschen daran erinnern. Als ich damals auch in den Offizierschulern gekommen bin. In der 5. Klasse, jetzt vor 4 Jahren. Mit die Punktenschriftmaschinen, die da die ganze Zeit herumgerattert haben. Ich gebe mal zu, das ist wirklich laut. Ja, mittlerweile sind wir hier in der 9. Klasse. Und jetzt sind so, zumindest aus unserer Klasse, die Punktenschriftmaschinen eigentlich weitestgehend verschwunden. Erzähl dir mal, wie du da jetzt arbeitest. Wie gesagt, als ich in der Grundschule war, war das noch mit Punktenschriftmaschinen. Dann, als ich zur 5. Klasse gewechselt bin, da haben wir angefangen mit Laptop und Breitzeilen zu arbeiten. Und das habe ich dann gelernt und das mache ich jetzt immer noch. Genau, Breitzeile. Was ist da? Wie soll ich mir das vorstellen? Also die Breitzeile ist so ein rechteckiges Gerät, der Punkte vom Bildschirm überträgt. Mit Hilfe einer Software. Und die schließt man halt am Computer mit einem Kabel an. Und manchmal kann man das, die neueren jetzt, kann man sogar mit Bluetooth einschließen. Aber zum Beispiel meine, die schließt man mit einem Kabel am Computer. Und es gibt ja eine, also halt ein extra Setup dafür und sowas, dass man die Software vorbereitet und sowas, damit alles, was auf dem Bildschirm steht, drauf, auf der Breitzeile übertragen wird. Nimmt dann quasi den Text, so eine Zeile und dann steht das da in dieser Rundschrift, dann auf dieser Breitzeile und dann kann man das ganz normal lesen. Und wenn man dann weiterlesen möchte, nächste Zeile. Ja, also wenn man sich das vorstellt oder wenn man darüber hört, dann denkt man, oh mein Gott, das dauert auf jeden Fall lange, bis das wird. Aber eigentlich ist es wirklich ganz, 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 ganz schnell. Also man merkt, dass es in Millisekunden wird das übertragen. Das ist ganz schnell mit Hilfe dieser Webseite, äh, mit Hilfe dieser Software. Und das Problem bei Breitzeilen ist, dass es halt wirklich sehr teuer, sagen wir mal so, die billigste, kostet ungefähr 5.000 oder 6.000 Euro. Es gibt manche, es gibt so manche große Breitzeilen, die kosten ungefähr 13.000 oder 14.000 Euro. Also das ist sehr teuer. Und mit JAWS, die Software, das ist ein Sprachausgabeprogramm. Und er hilft bei der Übertragung von der, von dem Text, der auf dem Bildschirm ist. JAWS hilft dabei und JAWS kostet auch ungefähr 1.200 Euro. Also das ist wirklich sehr, 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 ein sehr teueres Setup, aber auch sehr hilfreich. Und kann viele Sachen, die man hat nicht, also blinde Menschen, die arbeiten jetzt in vielen Sachen, ne? Die arbeiten in Büros, die sind Lehrer. Es gibt manche, die sind Professoren. Also man kann vieles mit Hilfe dieser neuen Geräte, dass man das nicht so richtig vorstellen kann, ne? Wie bedient man denn so als Blindner so einen Computer? Also wenn man jetzt beispielsweise, man möchte jetzt eine Datei irgendwie öffnen, sein Dokument öffnen, dem man dann, keine Ahnung, seine Schulaufgaben reinschreibt. Was weiß ich, wie bedient man das generell? Also wenn man natürlich jetzt nicht diese ganzen Menüstrukturen und alles sieht, wie geht das? Also blinde Menschen, die können ganz normal mit dem Computer arbeiten, wie es halt ein Sehender tun würde. Der einzige Unterschied ist nur, dass die halt ein Anschlussgerät haben und so. Das ist der einzige Unterschied. Gibt es ja JAWS und NVDA. Ich persönlich habe nur Erfahrungen mit JAWS und JAWS liest nicht nur Texte und überträgt Schrift. Er sagt Menüpunkte an, er sagt Links an, er sagt Überschriften an. Es gibt sogar so einen schönen Weg oder Shortcut, den ich neuestens entdeckt habe, was sehr gut ist, ist, dass man einen bestimmten Shortcut drückt, wo JAWS die dann beschreibt, wie die Schrift und das Wort aussieht. Also zum Beispiel, er sagt, das ist fett, das ist schwarz auf weiß, die Schriftgröße ist 14, das ist Verdana, da sagt er formatiert oder nicht. Wenn schon, dann sagt er Überschrift Ebene 1. Also kann JAWS wirklich sehr viel, also mit JAWS kann man alles am Computer machen. Die Sache, die aber ein bisschen nicht so gut ist, dass vielleicht manche Webseiten nicht so besonders kompatibel sind mit JAWS und dann ist das ein bisschen schwer. Ja, also wenn du, ich habe ja gesehen, du benutzt auch ein Smartphone. Wie sieht das aus? Also ich stelle mir das jetzt sehr interessant vor, an so ein Smartphone eine Breitzeile anzuschließen. Das wird ja wahrscheinlich nicht der Fall sein. Stell dir vor, das würde ja nicht den Hosen da schon entpassen oder so. Ja, also man kann das eigentlich auch Breitzeile an iPhone schließen, aber das ist wirklich zu unpraktisch. Keine Ahnung, man macht das einfach nicht. Es gibt, also ich rede jetzt vom iPhone, der iPhone hat eine Sprachausgabe, das ist VoiceOver. Ja, die Android-Handys haben das auch. Ja, er liest auch die Sachen und zeigt Menüpunkte an und Links und alles und auch Überschriften. Also quasi, quasi wie JAWS am Computer ist quasi VoiceOver für das Handy dann da. Ja, also es gibt auch einen Unterschied, ne, so zwischen JAWS und VoiceOver auf jeden Fall ist JAWS besser. Also deshalb kostet er ja so viel, ne. Er kann viele Sachen, die man auch so nicht braucht am Handy, ne. Er kann Sachen, die man an JAWS, kann Sachen, die man am Handy nicht brauchen würde. Also, VoiceOver ist ja kostenlos, ne. Außer wenn man halt für das iPhone bezahlt, aber das macht ja jeder fast. Also jeder bezahlt, kauft ein iPhone, weil er das machen möchte, ne. Er ist eigentlich VoiceOver, ist ja dann kostenlos und barrierefrei. Da kann man ganz normal mit dem Handy umgehen. Mit dem iPhone kann man sogar so ein, man kann so Fotos machen. Da würde so der Handy sagen, nach links, nach rechts, damit du so richtig machst. Und sagt dir, wo dein Gesicht ist. Das ist voll praktisch. Und das war immer so, dass ich den Bild beschreiben, aber nein. Da würde er so eine komplette Beschreibung fürs Bild machen. Das ist voll cool. Ja, das ist schon mal interessant, was es bisher alles so gibt. So von, wenn man sich überlegt, am Anfang war es eigentlich für Blinde unmöglich, Sachen zu lernen, zu lesen, etc. Und dann halt von so kleinen Schritten, wie mit der Sticheltabel und so, hin zur Pundschriftmaschine. Und jetzt sind wir bei der Breitzeile und bei einer Sprachausgabe. Jetzt können wir einfach mal so spinnen, so was wir denken, was vielleicht noch so in Zukunft geben könnte. Oder was so wünschenswert wäre, wenn es das in Zukunft gäbe. Boah, das wäre voll cool, wenn es selbstfahrende Autos geben würde, wo man so eine, wo man, keine Ahnung, zum Beispiel, einen gibt, wo man hingehen möchte, Straße, und dann würde das Auto da hinfahren und dann würde ich sogar parken. Das wäre voll cool. Aber vielleicht gibt es das ja in der Zukunft, man weiß ja nicht, ne. Ja, aber man kann nie wissen. Ja. Wenn man sich auch überlegt, was sich in den letzten, allein in den letzten 50 Jahren verändert hat, also wenn man sich das, wenn man sich allein das schon überlegt, wenn man sich dann überlegt, was eventuell in nochmalen 50 Jahren eventuell möglich sein könnte. Auf jeden Fall, ja. Das ist wirklich sehr krass, was man jetzt alles kann und was in die Zukunft kommen wird. Ja, auf jeden Fall interessant, wenn man so, also alleine auch so selbstfahrende Autos, es wäre eine Sache, die ist ja nicht nur jetzt für Blinde interessant, dass die sich von A nach B bewegen können, wäre auch allgemein eine coole Sache. Also es ist auf jeden Fall eine spannende Sache, wenn man sich überlegt, wo eventuell, ja, es in der Zukunft noch hingehen wird und was da eventuell noch alles geben wird. Und, wie hat's euch gefallen? War ganz spannend, oder? Schön, dass ihr dabei wart. Es gibt noch mehr tolle Folgen. Bleibt neugierig und hört mal rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.